Was kann ich alles bei der Klima-Challenge machen? Neben euren eigenen Zielen, die ihr dann im Monat umsetzt, kommen von uns regelmäßig inspirierende und informierende Impulse. Aber neben diesen Sachen könnt ihr auch aktiv an der Klima-Challenge mitwirken, indem ihr eure eigenen Impulse schreibt und an uns schickt oder auf der Bund-Jugend-Website selbst bloggt oder eure Erfahrungen auf Social Media teilt. Dabei uns gerne verlinken. Außerdem organisieren wir über den Monat hinweg mehrere Talk-Rooms, indem ihr andere Teilnehmende kennenlernen könnt, euch austauschen könnt über eure Erfahrungen, die ihr gemacht habt und euch gegenseitig inspirieren könnt. Wenn ihr unsere Impulse lest und quasi passiv teilnehmt und auch bei den Talk-Rooms dabei seid oder eigene Impulse schreibt und in einer anderen Weise aktiv mitmacht, dann könnt ihr außerdem an unserem Gewinnspiel teilnehmen. Dabei könnt ihr coole, nachhaltige Preise gewinnen, alle weiteren Infos zum Gewinnspiel und die Teilnahmebedingungen findet ihr auch noch unter dem Video.